Yay, wir haben eine neue Waffe bekommen und zwar die Tempus Torrent, eine neue Marksman Rifle, eine DMR, die jetzt in Season 2 von Call of Duty Modern Warfare 2 im Reloaded Patch dazugekommen ist. Super geil, wir können sie freischalten, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder über den Shop, also man kauft das Bundle, erstmal keine Option, oder wir machen 25 Doppelabschüsse mit einer anderen beliebigen Marksman Rifle. Das ist the way to go, dann haben wir noch ein paar Waffen XP rein, um die Waffe schnell zu leveln und sind sehr gespannt, wie gut die Waffe dann wirklich ist. So, wir legen los, wir spielen die EBR, ich mag diese Waffe nicht so sehr, deswegen nutzen wir sie und leveln sie ein bisschen. Moshpit Modus, 20 vs. 10 vs. 10, hier ist die Hölle los, Hell on Earth, das heißt hier können wir die Waffe ein bisschen leveln und hoffentlich möglichst schnell unsere 25 DMR Doppelkills machen. Auch kriegen wir jetzt jeden schneller als gedacht, wir haben die EBR schon auf Gold, also wechseln wir schnell auf die SPR und machen damit weiter. Auf in die Hölle von Moshpit! 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 Die nächsten Waffe haben wir jetzt auch schon auf Gold gespielt. Also ich komme gar nicht hinterher, jetzt spielen wir die LMS, also die nächste Waffe, die wir leveln müssen und dabei weiterhin Doppelabschüsse, 25 brauchen wir. Moshpit Modus, 27 после 19. und hier ist das gute stück wir haben sie freigeschaltet die tempo starren die neue skin drauf gemacht die events die haben direkt mit freigeschaltet jetzt heißt es doppel xp token rein und los geht's nicht sagt man schon ein cooles kind mit dabei ist die gelbe sieht mega geil aus so hier ist das gute stück ok sieht nicht schlecht aus let's go ja 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 Der kein Out championship bei der Stellung. GGs, Ladies, Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen GGs, Ladies and Gentlemen So, schauen wir uns das Ganze jetzt im Detail an, das gute Stück. Und zwar haben sie natürlich schon sehr, sehr viele Pro-Gamer, E-Sportler und so weiter Gedanken gemacht, wie man die Waffe am besten baut und das hier ist das Ergebnis. Es gibt drei Grundvarianten. Das erste ist diese hier, alle drei sehr ähnlich, also Sarkin-Griff ist immer drauf, der F-Tech-Rapper, den seht ihr auch immer da drauf und den FS-Ole-Laser seht ihr auch immer drauf. Das Ziel-Hilfen-Visier ist klar, das ist Ermessenssache, aber passt sehr gut zu jeder DMR, wird sehr, sehr gerne gespielt auf dieser Waffe und jetzt kommt's. Hier haben wir den 24-Zoll-Outreach-4-Vorderlauf. Der macht mehr Schaden, hat eine höhere Reichweite, ist ein sehr starker Lauf. Allerdings gibt es auch die Variante ohne Lauf und dafür mit einer Mündung. Und zwar wird hier das Kronen-Dark KX-30 benutzt. Ich habe hier eine Skin für. Ah, okay. Also das Kronen-Dark KX-30 verbessert nochmal die Rückschusskontrolle, macht eine erhöhte Präzision und lässt die Waffe nochmal ein bisschen besser handhaben, also ein bisschen leichter, schneller ins ADS reingehen. Das ist auch eine sehr beliebte Variante, also ein bisschen schneller, weniger Damage. Und Variante Nummer 3 geht noch weiter in dieses Extrem. Und zwar haben wir dann hier den 12,5-Zoll-Lauf. Auch der erhöht die Reichweite nochmal, die Handhabung nochmal. Dafür kriegt das Kronen-Dark die Mündung raus. Also 12,5-Zoll. Das sehe ich aber wirklich am wenigsten. Und ich würde auch sagen, wenn man das Ganze schnell spielen will oder schneller spielen will, dann sollte man das Dark KX-30 nehmen. Und ansonsten sozusagen als Standard, um die Wucht zu haben, die Waffen ein bisschen langsamer, aber dafür besser stärker zu spielen, der 24-Zoll-Lauf. So sieht das Ganze dann aus. Ist eine sehr tolle Waffe. Wir gucken uns das jetzt mal im Schießstand an. So sieht das Ganze jetzt auf dem Schießstand aus. Und man sieht, wie schnell das jetzt sogar mit dem Lauf, das ist jetzt die Lauf-Variante, wie schnell das Ganze in ADS geht. Das ist wirklich nice. Also wirklich schnell. Und ihr könnt euch vorstellen, das Ganze geht noch viel, viel schneller, wenn man den Lauf rausnimmt. Und dafür, dass die Dark-Mündung mit reinnimmt, dann ist das Ganze nochmal schneller. Das ist natürlich der Kompromiss, den jeder für sich selber finden muss. Für uns jetzt natürlich interessant, was ist in DMZ los? Wie bauen wir diese Waffe für DMZ? Wir werden übrigens am Wochenende im Stream natürlich intensiv spielen, diese Waffe. Und zwar hauen wir natürlich erstmal das große Magazin rein für DMZ. Das ist klar, 50 Schuss-Trommel, mehr Ersatz-Munition. Jetzt fliegen zwei Dinge raus. Das eine ist der Laser. Den brauchen wir nicht im DMZ-Modus. Und das zweite ist der Lauf. Und zwar haben wir hier einen Kombinationslauf. Ziemlich geil. Lauf mit eingebautem Schalldämpfer. Und es erhöht die Reichweite. Also perfekt für DMZ. Wir sparen einen Slot, kriegen einen Schalldämpfer und eine erhöhte Reichweite und mehr Schaden. Und das Ganze sieht dann so aus. Und im Schießstand sieht man schon, wie langsam jetzt die Waffe in ADS geht. Oh mein Gott, da schläft man hier ein. Aber wir sind es gewohnt. In DMZ ist nun mal alles ein bisschen langsamer. Aber dafür haben wir eben 50 Schuss. Ich kann hier wirklich durchdrücken. Und ihr seht doch, selbst in diesem Zustand ist der Recoil wirklich, wirklich angenehm. Und ja, ich kann ballern bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also schöne Emulsionsreserven, wirklich tolles Teil. Und übrigens, die Animation ist auch sehr, sehr cool. Wie er da die Waffe nochmal auf die Hand rücken legt. Ist schon nice. Geil. So, dann gucken wir mal in die DMZ. Also unsere DMZ-Variante. Hi, hi, hello, hello, hello. So, dann wollen wir uns das erste Opfer anschauen. Oh, das ist schön leise. Und sie ist präzise und richtig toll. Ah, wer sagt hier, braucht man hohe Geschwindigkeitsmunition? Braucht man nicht. Oh, MGs. Sind die leichter umgegangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Welcome. We gang. Ja. Thank you, thank you. Tschüss, guys. Someone wants the Torrent? The Tempus? Someone? Will jemand die Tempus Torrent? Someone wants the Tempus? The new weapon? Ja, ja, ja. Hier. So, Leute, kommen wir zur Zusammenfassung. Aber erstmal vielen Dank an die Kanalmitglieder und alle die Leute, die hier ein Abo da gelassen haben. Vielen, vielen Dank, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich auch sehr über ein Like freuen. Danke an dieser Stelle dafür die Zusammenfassung. Also, die Waffe macht einen One-Shot auf den Kopf, einen Two-Shot auf dem Body und ist im Grunde genommen eine gute Erweiterung für unsere Waffensysteme. Aber sie ist wirklich nicht die Beste, wird sicherlich keine Meta-Waffe werden. Im DMR-Bereich ist sie aber eine der Besseren und wenn man genau ist mit seinem Aim und gut zielen kann, dann ist die Tempus Tower und das Tempus-Geschütz eine wirklich sogar sehr gute Waffe. Also, es ist wirklich abhängig von eurem Aim. Was mich so ein bisschen daran erinnert, wenn man vielleicht nicht das beste Aim hat, dass man seinen Aim vielleicht mit so einer Waffe trainieren kann, dann wirklich auch belohnt wird, wenn man sieht, wie man Stück für Stück besser wird mit so einer DMR. Also, sehr sehr schöne Waffe, toller Sound, sagt mir selber eure Meinung. Ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze metamäßig noch entwickeln wird. Ich sage an dieser Stelle, viel Spaß, auf Wiedersehen, reingehauen und reingeschauen. Ciao, ciao, ciao.